Wer gegen wen? Wo wo gegen mich? Darum gehts hier! Welche Runde ist denn das? Schwere und Schwanz Ich muss das nehmen! Ach so Ich wollte es gerade nehmen und dann kam Ich muss das nehmen все sie ah Das war's für heute. Ich hab ihn gerade aus dem Kühlschrank genommen. So! So, das Seidermachen zwar durch. Seidermachen. 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 Das ist das Top Ten. Seidermachen. 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 Kobi steht hier. Kobi. Ich schreibe jetzt Konati. Ist mir scheiße. Seidermachen. Es ist super schwierig, diesen scheiß Namen zu schreiben. Oh, Nati. Oh, ja. Oder Safox Amurai oder so. Safo Amurai. Ja, Safo Amurai. Das wäre schon fast witzig. Komobolok. Gegen Usleon. Usleon. Usleon mit Geron. Saran. Terror. Ich glaube nochmal quality commentary jetzt. Wird Konatis Reign of Terror ein Ende finden? Ja. Das ist kommentierend. Oh, der wird. Das ist Hasen. Das ist Schauflein. Das ist aber irgendwie so ein bisschen wie so ein Missratner. Edgy. Animiker. Oh! Der hat Konati wohl... Oh! Noch nicht Gage-Kent. Der war nicht cool. Oh! Stombin jetzt. Oh! Smart. Konat. Snap. Das ist schon der Vor-Tilt. This one's going straight to my combo-Video. Das geht in Konatis freies Combo-Video. Remind a cringe-Compilation. Oh, sorry Konatis. Konzentrate. Meine Compilation of Shave. Knies! Oh! 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 So, was du eigentlich nur? Das war der Konatis. Ja war auch von dem, den Konatis. Oh, das war der Konatis. Das war der Konatis. Das war der Konatis. Wir werden seinen Namen einfach wie immer wie hab ich sogar. Weil sonst würde ich mit ihm wissen. Aber jetzt bist du nicht für Konatis. Boah! Smart! Oh! 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 Ah! Das war ein Reverse-Nie! Das war ein Reverse-Nie, na? Nee, nee, das war schon gut. Ja, wirklich. Reverse-Nie von dort trefft jetzt nur voll schwer. Ja, das ist ganz krass. Ich meinte, das ist für den Normal-Klug. Nee, ernsthaft, nicht genug Platz für den... Meiner Ansicht nach war er in der perfekten Position. Wir werden uns nach den Swords empfehlen. Und wenn wir feststellen, ob das der Fall ist. Ich kenne dort auch keinen Reverse-Nie. Bei der perfekten Position. Aus meinen Augen war das schon die perfekte Position. Smart Recovery. Aber ja, die eine Swords-Nie. Straight into my control. Straight into my control. Straight into my control. Straight sick control. Straight into my control. Straight into my control. Straight into my control. Whoa, we don't have it ever. But as long as this place, it's faster than it. Yeah. Ja. Das ist mein Kombo-Videos. Strange. Das ist so gut. Kann ich mich nicht vorstellen, wenn ich ein Kombo-Videos mache. Oh. Schon so Money Boy. Das ist so gut. Das ist so gut. Eurobeats. Eurobeats. Das ist so gut. Oh no. Oh no. Straight into my clinch competition. Ender wieder zu Kobobi. Oh no. Oh, das ist meine Recovery. Oh no. Oh, das ist meine Recovery. Oh no. Oh, das ist meine Recovery. Oh, das ist meine Recovery. Oh, das ist meine Recovery. Oh. Oh, nein. Das war sogar die beste Option. Du hast gesehen, er hat Rostia. Der Rostia stirbt. Aber er hat Rostia. Ja, und er hat Rostia. In dem Fall wäre er auch durch den Muni gestorben. Deswegen war die... Nee. Nee. Wenn er bei der Abba Grosse hat uns schrift, dann würde er auch bei der Muni noch schrift. Ich weiß gar nicht, ob er nie Connected hätte. Probably. Ich glaube, ich wäre einfach von die Kante gegangen und weggestorben als ich hätte gefragt. Wie kann ein Stonk nie hitten? Oh, weil der Konar hat alle Ernste wie der Kobobi. Man was. Was ist aus dieser Welt geworden? Welche Dimensionen leben hier? In der Kobobi Stonk nie hittet. Oh, das ist meine Technik. Oh, das ist meine Technik. Oh. Was? Das wäre schon gestört gewesen. Also, straight into my combo Video, aber... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Komm jetzt los, du, Rubi, oder geht noch weiter. Doch. Ich bin seit der Zeit, ja nicht. Ja. Also schon so... Squares... Wenn du es nicht auf den Level zugen. Das ist schon so... Ich bin schon gut. Ich bin schon so gut. Ja, ich bin schon so gut. Ja, wir wurden. Oh, ich bin schon so gut. Oh, ich bin schon so gut. Nein. Das ist straight out of nix Textbook. Ich finde, Shii kann dieses Matchup einfach super eklig spielen. Indem sie die ganze Zeit einfach muslimmend. Jeden einzelnen Foto mit irgendwelchen Fills bietet. Es ist so scheiße, dass sich der Fills quasi jeden Short-Roll Foto bietet. Das ist so witzig. Knie! Oh mein Gott! Wie überlebt der jetzt bei 160 so hart? Oh nein, what the fuck? Das war auch scheiße. Direkt in meine Combo-Compilation. Oh nein! Wie lebt der? Sehr schön. Wie zählt er? Lass ihn doch zurücktransfieren. Blame. Du hast es gehe, dass du das Game verlierst. Coole zwei Matches. Was ist dir? Wie? Zwei. Ja, ich hab wieder gegen Dalon gespielt. Gegen wen? Gegen Dalon. Ja, ich spiel auch immer mit dir. Habe ich das erzählt? So gespielt habe ich immer halt ein bisschen mehr auf Welt gespielt. Irgendwie hat er das Spiel kaufiert. Ich meinte, ich war auch ganz so scheiße. Nählich zu spielen. War nicht so... Ja, what the fuck? Und er so ja, er will das nicht mehr approache. Ich sag mal aufhören mit einer Flavorshit. Das Ding ist, das ist halt so eine legitime Taktik, die man gerade gemacht hat. Warte, aber du hast doch gewonnen, oder? Ich hab mich die ganze Zeit gewehrt. Er hat das halt so gut bekommen teilweise. 50-50 kann man sagen? Ne, er hat auf jeden Fall eine Games-Kurse gemacht. 60-40? Er hat gewonnen, aber ich fand ich halt nicht so spielen können, wie er wollte. Das Ding ist, zu mir ist ja immer voll Nets. Ja, normalerweise ist das ja voll Nets. Ich hab mich halt gequiddet und dann war es so richtig Zorn. Ja, ich wollte einfach nur ein bisschen Melee spielen und Spaß haben, aber du spielst ja so scheiße. Hä, du spielst voll normal, finde ich. Keine Ahnung. Es ist spannend. Es ist spannend, um mich zu nennen und zu nennen und zu nennen und zu nennen und zu nennen. Ich finde keiner von euch beiden spielt Laser Heavy. Ich finde keiner von euch beiden spielt Laser Heavy. Ich überleg mal, welcher Fall wo Laser Heavy spielt. Vielleicht Stevo? Nein, nicht mal Stevo. Überhaupt nicht. Der Asta ist zum Beispiel so ein. Re-Man! 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 Oh, nur ein Geld. Ja, keine Ahnung. Das ist super. Und lieber eine Adidas-Flexion. Was witziger ist... Hast du eine Adidas-Flexion? Ich hab eine Adidas-Flexion. Oh! 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 Ich hab eine Adidas-Flexion. Machst du, Benno. Ja, Mann. Da ist noch alles drin, loser. Genau, deswegen. Kannst du ja ziemlich gut gespielt. Äh... Ne, jetzt fütter bleibst du. Jawoll. Oh! Oh! Ich schwör into mein Combo-Video. Wenn du anfindet, ich schwör into mein Combo-Video. Du musst aber mitten in der Combo dann abbrechen. Einfach den nächsten Clip spielen. Oh! Oh. Silenceifactors-Combo-Video gibt es halt so in Cut-Version, wo die Nies alle rausgecutt werden. Ist auch ziemlich cool. Ja, aber es ist halt so... Weil es superwitzig, einfach ein Combo-Video zu machen. Wo du so richtig so... So, Combo's machst, die so eigentlich ganz cool sind, aber die gar keinen Finisher haben. Und dann schlupfst du dafür oder so eine scheiße Kombo. Aber kennst du das Video irgendwie so, most unsatisfying... Jaja, ich kenn das. Mehr der Combo's, das ist so scheiße witzig. Und dann, und dann irgendwie so ein richtig... Warte, 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 warte. ...und dann irgendwie so ein richtig sicker Kombo. Einfach vor dem Knee weggekattet. Guck jetzt. Oh Gott. Oh mein Gott, der geht alles. Ah, das war ein Armstertick eigentlich. Zwei, eins. Ich merke mich eigentlich, ob irgendjemand den zu hinschaut. Niemand. Ja, das ist meine Vermutung. Dabei am Machen, die zeigen dir so gutes Melee. Doch, Porsche muss eigentlich nicht aufzeigen. SFD gegangen. Aber grab... Ja. Aber grab... Er hätte halt Prozente bekommen, aber... Konrad hätte halt aber rausdecken können. Beziehungsweise hätte er die Textures nicht gekriegt, vielleicht haben wir... Aber guckt ihr diese Dashdeck-Koge an. Aber das hat rausdecken können. Ja, aber das hat rausdecken können. Aber er hat trotzdem rausgehalten. Und wenn er rausdecken kann, hast du halt in der Situation... Ja, genau. Auf jeden Fall ist Matcha super witzig, wenn Cheek-Kampi stehst. Wie ist das? Dieses Combo-Breaker ist wirklich konstig. Ohne Scheiße machte er erst seit ein paar Monaten. Eie. Meinst du solche? Nee, nee. Das war ja Recovery Double. Das ist ja eigentlich großartig. Meine Combo-Breaker im Sinne kommt... Dort, wo er eigentlich wegdrapfen könnte... macht er absolut eine Abwehr. Ich würde Sneaker die Mette aufschlösen können, denn bei dem Film hat es knapp Daniels. Oh mein Gott. Sieht doch nicht so sehr gut aus. Das ist noch alles. Ich glaube, er ist geschafft. Vielleicht wollte ich nicht laut sagen, aber vielleicht kommt sie das nicht. Oh, den hat Lee Reed. Oh, scheiße. Wie lebt er lebt? Wollte zweinens geguckt. Ja, aber gut. Oh, jetzt hab ich das aufgegeben. Oh, was? Was? Oh mein Gott. Oh, was the fuck. Straight into my combo video. Okay, naja. Oh shit. Oh shit. Oh no. Ich respektier das. Oh mein Gott. Oh, das wäre so geil gewesen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Bellолодymus. Oh shit. Ja, das ist ja ein Lortimus-Einmutter und das ist ja ein Sorted-Fucking-Easter. Oh, oh, Binge! Mösart! Hat er noch einen Racker reingekriegt vielleicht? Ähm, ne, das ist ja diese Rift-Black-Short-Top-Name. Der Konzert hat viele Feuerbecken. Ne, ne, ich meinte... Er hatte halt eine Spur auf die Beeren. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch eine... Oh, diese eine fast... Das war gestört. Das war gestört. 2-2! Gamefight! Gamefight! Im Brunner-Zwein. Ich hab eigentlich immer noch den Spur, das ist wieder Scheiße. Tag-Chats. Oh, das ist die Commentary. Ich hab einfach nicht so... 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 Das Witzige ist... Ich hätte ehrlich gesagt lieber gewollt, dass du gegen Rückkehr gewinnt. Weil ich hab ein Freundes gegen Rückkehr, aber ich hatte nur 50-50 gegen uns gespielt. So, weil ich mich getrustet, als ich mich getrustet. Und dann wieder ein... Aber ich finde es sehr so. Das hat mich schnell nicht so sehr... Komm schon, komm schon! NICHT zählen. NICHT zählen! NICHT zählen! NICHT zählen! ALLES DRIN, kUBOBI, NICHT zählen! NEIN HÄNCH! NICHT zählen! Oh, was ist das? Dich zur Seite! NICHT zählen! Alles drin, Puppo-Bubi! NICHT zählen! Das war ein движenziehen. Aber ja, du bist ein be到底. Derste Fucken ist ein ho trabalender. Derste Fucken ist ein Wettbewerb. Derste Fucken macht er eine Minderung. Derste Fucken ist eine Minderung. Derste Fucken ist eine Minderung. Derste Fucken ist eine Minderung. Das hört uns nicht, glaub ich. Ist doch egal. Konati hätte gewonnen. Da ist doch noch alles drin, Alter, was willst du nur? So Berliner O! Gib dir das, Junge! Mach den fertig! Schau dir das an! Schon wieder EVEN! Und EVEN! Oh, ohne Spaß, wenn ich das gewinne, Konati. Das ist einfach nur, weil ich mein Name das geschrieben hab. Der kommt ja nicht mal mehr. Ja. Oh! Oh! Das wäre so Snotty gewesen. Naja, hätte sie nicht so viel getan. Wobei, dein Knie an der Ecke... Auch bei Lopes. Das wäre jetzt trotzdem prozentig gewesen. Ja, ich glaub, du hast sogar ein guter Edge-Guard. Yo! Das war beides so gut, die Recovery und der Edge-Guard-Attack. Konati besser als Konati? Nee, nee, nee. Belief. Konati ist nicht besser als Konati. Konati ist besser als Konati. Konati ist besser als Konati. Oh, die schönen Tiltz. Das ist in meinem Kombo-Video. Oh, was ist das Crap. Das ist ridikulös. Ist das ridikulös? Oh, shit! Nice! Bruder, das holt jetzt mal. Oh, mein Gott. Oh, last! Last! So! So! Konati muss einmal kurz in die Linse spannen. Das geht nicht mehr. Oh! Das ist auch eine schwere Situation. Oh, nein! Nein! Not like this. Gut, gut, gut. Good shit. Next set. So! Das ist mein cierches Knorr das aus. Das ist mein Stoß. Oh, ja, das ist das! Was macht das? Das war's für heute. Das war's für heute.